Alter, was ich schon auf den geballert habe. Oh mein Gott, vier Stück bei Juggernaut. Ja, warte mal. Oh mein Gott, die greifen mich alle an, ey. Ich habe keine Chance. Nee, das kann ich nicht verteidigen. Fünf Stück. Ja, dann hau ab. Die erfolgen mich alle. Alles weg? Alles weg? Ernsthaft? Ja! Oh fuck. Ich habe mal wieder versagt. Oh nein, das ist voll schwierig, ey. Wie sind die denn, Mann? Die erfolgen mich alle. Achso. Oh, wo bist du denn? Ja, so eine Scheiße. Komm mal runter. Wohin? Du weißt da, wo man... Ja, egal. Wo bist du? Bei Mb5. Warte, ich komme zu Chalker noch. Ja. Aber ich komme von oben, komm, Janne. Da kommst du der erste. Okay, na, ist, warte mal kurz. Jo, kannst machen. Jetzt muss ich erst mal noch Slider-Fant holen. Oh mein Gott, 34 Mal. Mein Rekord wurde verdoppelt. Oh mein Gott. Krass. Das ist echt crazy, ey. Mal schauen, ob ich das schaffe. Komm, Kau, es bitte schnell, 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 schnell. Ich darf mich nicht kaputt machen. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Oh, verdammt, verdammt. Wenn du jetzt stirbst, dann ist es eh vorbei, weil... Ja, ich bin tot. Nein. Tiddy. Du, wir werden sterben. Egal, 34 war unser Ziel. Eigentlich war unser Ziel 20. Krasser Scheiße. Ey, ich hier rum nur noch schaffen sollte, ne? Alter, das ist so crazy. Dann brauchst du fünf Stunden dafür. Du bist so verkacken. Laude, das ist ein Mülliger. Ey, wenn du mich sehen würdest, was ich für Zombies hier vorhin in mir laufe. Das ist für die Arschgeburt dabei. Ey, der kriegt da Boden, alter! Und ist so schnell wie die anderen. Was da los? Yeah, ich bin tot. Guck dir mal den einen da an, der verfolgt mich am Boden. Das ist krass, hast du Perks? Nein. Du bist am Arsch, alter. Du bist am Arsch. Aktiviere die Falle drüben. Ohne Scheiß, du bist am Arsch. Ich bin so gut, ich bin so gut. Du kannst es jetzt die ganze Zeit so im Kreis machen. So, hier, wenn du hier fertig bist, wenn du keine Muni hast, gehst du wieder 245 und gehst du zu anderen Plattformen. Ohne Scheiß, du bist so verkacken. Oh, Scheiße, Mann. Ey, wenn ich die Runde schaff, ey, dann. Ohne Scheiß, du bist so verkacken. Ohne Scheiß. Ist diese zugekommen. Ohne Scheiß. Und andere Punkte rollerblumbergung. ja schnell gemacht hier jetzt geht's ab aber gar nicht das überlebt dann alter das ist anfang der runde da hast du gesehen wie lange ich gebraucht habe ich glaube noch einer auf einen kreis und dann gehe ich zur Falle nun geht den nächsten ich könnte anscheinend noch ein Gott das ist ja aus dem Boden kommen müssen verschlingen das ist ja das kein einziges hat es ist es machte ich es muss abkühlen Heizer Tor zwar genau richtig man so mit Dr. Dietze kaufen Nenner was nie hätte die Tänide für die die Füße Pauli steht auch ein Gott an der Junge kommt oberflogen er muss sich nur zweimal hinten eine Lösung er habe ich glaube ich bin unterstehen unter ja du bist im Arsch ich schaffe dass ich ein Pro-Gamer du bist Pro Nein ich kann nicht Arzt! Geh unten rum, geh unten rum ja geh so oh mein Gott oh die Claymore die Claymore hab ich da hingelegt komm jetzt müsst ihr den Pimmel angehen, ihr müsst ihr voll zerschlagen das wärs allergeiste lauf da am Kreis man lauf da am Kreis nein das ist so crazy ey ich geh lieber hoch gleich um mehr an der entgegen ich weiß jetzt schon oh mein Gott ich bin ein Chagano, das ist wichtig oh ein Eimer im Kreis und Chagano, oh mein Gott, bin ich gut, bin ich gut was sind wir denn jetzt? ja, wir warten noch alle die sind die alle gefolgt wenn sie alle kommen, geh hier drauf wenn du dann da drauf gehst, dann supporten die sich auch automatisch darüber echt? ja alter fuck oh krass kommt da einer? oh nein, Muni holen und falle ach, was machen die denn? trawler oh mein Gott, hau ab Junge ich geh lieber rändern, versuch da nochmal Punkte zu machen dreieinhalbtausend noch und dann könnte ich wieder punchen, ne? ja oh mein Gott ich glaub du bräuchtest, ich glaub du bräuchtest drei Magazin, äh, drei Magazine von ne, ne nicht drei Magazine, sondern drei drei Munitionsdecks von ne mp5k, damit du einen Zombie tötest was mach ich da eigentlich? oh mein Gott, ist das crazy rum Treni die de